Hallo, ich begrüße dich zu einer weiteren Ausgabe auf unserer Lean Online Academy. Aus unserer Reihe Persönlichkeiten möchte ich dir in dieser Ausgabe Edward Lee Thorndike vorstellen. Edward Lee Thorndike, 1874 in Williamsburg als Sohn eines Methodistenpfarrers geboren, war amerikanischer Psychologe und Lehrer. Er erforschte am Anfang des 20. Jahrhunderts, wie Tiere und Menschen lernen und wurde damit der erste Empiriker der Andragogik, also der Wissenschaft, welcher sich mit dem Verstehen und Gestalten der lebenslangen und lebensbreiten Bildung des Erwachsenen befasst. Thorndike wurde zunächst bekannt für seine zahlreichen Lernexperimente mit Tieren, auf deren Grundlage er 1898 in seiner Lerntheorie drei Gesetzmäßigkeiten für das Lernen postulierte. Law of Effect, Law of Readiness und Law of Exercise. Das Gesetz der Auswirkung, Law of Effect, besagt, dass Lernen als Resultat einer Verhaltenskonsequenz auftritt. Führt eine Verhaltensweise, zum Beispiel Händewaschen, vor einer Mahlzeit zu einer positiven Konsequenz, wie ein Lob dafür durch die Eltern, so wird die Verhaltensweise häufiger wiederholt. Führt die Verhaltensweise jedoch nur zu einer negativen Konsequenz, zum Beispiel vom Freund ausgelacht zu werden, so wird diese Verhaltensweise als unbefriedigend erlebt und seltener oder gar nicht mehr wiederholt. Des Weiteren formuliert er das Gesetz der Bereitschaft, Law of Readiness. Die Bereitschaft zum Lernen muss vorhanden sein. Diese Bereitschaft ist ein Bedürfnis, welches befriedigt werden soll. Lernen ist nach Vörendeig nur möglich, wenn ein Individuum einen angenehmen Zustand herstellen oder einen unangenehmen Zustand vermeiden will. Und schließlich das Gesetz der Übung, Law of Exercise, welches besagt, dass eine Verhaltensweise wiederholt werden muss, um sie dauerhaft zu erlernen. Wie bereits vorher gesagt, war Thorndike darüber hinaus auch der Erste, der die Erwachsenenbildung empirisch untersuchte und dabei ebenfalls als einer der Ersten den Versuch unternahm, soziale Intelligenz zu definieren. Thorndike sagte unter anderem, dass der fachlich beste Mechaniker als Vorarbeiter scheitern wird, wenn es ihm an sozialer Intelligenz fehlt. Unter sozialer Intelligenz verstand Thorndike die Fähigkeit des Menschen, sich in andere Personen hineinzudenken und sie zu verstehen. Ein sozial intelligenter Mensch ist demnach in der Lage, in interpersonalen Beziehungen klug zu handeln und die Folgen sowie Handlungen seiner eigenen Entscheidungen einzuschätzen. Nach Thorndike ist zudem die Fähigkeit, mithilfe sozialer Intelligenz die Handlungen, Entscheidungen und Wünsche der anderen zu verstehen, eine Grundvoraussetzung für eine effektive Kommunikation zwischen Mitmenschen. Gemeinsam mit John B. Watson wurde Edward Thorndike zu einem der Begründer des Behaviorismus. In seinen theoretischen Überlegungen zur instrumentellen Konditionierung wurzelte die Lerntheorie von Skinner und seine ursprünglich für Katzen entwickelte Problemkäfige waren ein Vorläufer der Skinner-Box. Thorndikes Überlegungen flossen in den 1930er Jahren ebenfalls in Wörterbücher ein, die er für Kinder und junge Erwachsene zusammenstellte. Und gerade das Gesetz der Übung wurde als theoretischer Unterbau genutzt für den als pädagogisch missverstandenen, ermüdenden schulischen Drill der Schülerinnen und Schüler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Soviel jedoch zu Edward D. Thorndike an dieser Stelle. Ich wünsche dir eine klasse Zeit und freue mich wie immer über dein Feedback oder deine Fragen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe.